Vielleicht ist es heute noch nicht möglich, die Frage zu beantworten. Solange unser Wissen nicht in bislang noch ungeahnte Bereiche vorgestoßen ist, können viele Rätsel nicht gelöst werden. Das oben genannte gehört vielleicht dazu. Vielleicht brauchen wir nur abzuwarten. Vielleicht. Ich möchte jedoch auf den restlichen Seiten des Buches versuchen, eine vorläufige Antwort auf diese Fragen zu geben. Eine Antwort, die jene große Revolution im Denken nahelegt, die man mit Quantenmechanik bezeichnet. Die Quantenmechanik als eine Theorie der atomaren Struktur wurde in den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts entwickelt. Auch wenn die Begründer dieser Theorie dabei sicher nicht im Entferntesten an das Problem, warum es Leben im Universum gibt, gedacht hatten, haben bestimmte Erkenntnisse ihrer Theorie möglicherweise eine große Bedeutung für dieses Problem. möglich, dass die Erklärung für die außergewöhnliche Eignung der Umgebung für Leben nicht im Bereich der Religion zu suchen ist, auch nicht im Bereich der Physik oder der Biologie oder der Chemie, sondern dass wir eine völlig andere Denkrichtung einschlagen müssen. Worauf ich ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, das ist das Wesen des Seins an sich, der eigentliche Bereich der Existenz. Es soll also um Metaphysik gehen. Die Metaphysik, die Betrachtung der Existenz und des Grundwesens der Wirklichkeit, hielt gemeinhin als ein Bereich der Philosophie angesehen, aber auch die Quantenmechanik kann zu diesem Thema einiges beisteuern. 13. Kapitel Experimentelle Metaphysik Aus all den bereits vorgebrachten Gründen kann ich die Vorstellung nicht akzeptieren, dass Gott selbst es gewesen sein soll, der das Universum so trefflich eingerichtet hat, damit es Leben hervorbringt. Die Idee des Übernatürlichen muss ich zurückweisen. Aber wie erklärt sich dann, dass der Kosmos bewohnbar ist? Wenn das die beste Art von Universum ist, die man sich vorstellen kann, wie hat das Universum dies herausgefunden? Vielleicht ist es heute noch nicht möglich, die Frage zu beantworten. Solange unser Wissen nicht in bislang noch ungeahnte Bereiche vorgestoßen ist, können viele Rätsel nicht gelöst werden. Das oben genannte